Barrierefrei aufgerollt Kurz, kompakt und leicht verständlich Herzlich Willkommen zu einem neuen Beitrag von Barrierefrei aufgerollt der Sendung von Bizeps Zentrum für Selbstbestimmtes Leben Es begrüßt Sie Katharina Müllebner In der heutigen Sendung geht es um die Schrift die es blinden und sehbehinderten Menschen ermöglicht zu lesen Die sogenannte Preilschrift ist nach dem Franzosen Louis Preil benannt Louis Preil wurde 1809 in der Nähe von Paris geboren Nach einem Unfall als Kleinkind verlor Preil sein Augenlicht Louis Preil war immer wissbegierig 1819 besuchte er die Blindenschule von Valenteu Aoi der seinerseits eine Methode entwickelt hatte um Noten und Buchstaben für Menschen mit Sehbehinderungen erfahrbar zu machen Er entwickelte tastbare Noten und Buchstaben Preil war mit diesem System nicht zufrieden und entwickelte schließlich seine eigene Blindenschrift die auf einem Sechspunkte-System beruht Später erfand er auch eine ebenfalls auf Sechspunkten basierende Notenschrift Mit der Erfindung der Preilschrift schaffte Louis Preil die Voraussetzung dafür dass blinde und sehbehinderte Menschen den Zugang zu Büchern und Noten bekommen In der heutigen Sendung wollen wir erfahren wie die Preilschrift genau funktioniert ob sie heute noch verbreitet ist und welchen Einfluss die moderne Technik auf ihre Verbreitung und ihre Weiterentwicklung hat Unser Gast ist Erich Schmidt Er ist der Vorstand der österreichischen Preilschriftkommission die sich für die Weiterentwicklung der Preilschrift einsetzt Herr Schmidt, ich beginne mal gleich Was macht diese Kommission eigentlich? Die Preilschriftkommission Österreichs prüft die Entwicklungen bezüglich der Preilschrift Wichtig ist aber dabei dass wir ganz eng mit den Kommissionen aus Deutschland und der Schweiz zusammenarbeiten Als Vorsitzender der österreichischen Preilschriftkommission bin ich dort der Vertreter Österreichs in diesem Preilschriftkomitee der deutschsprachigen Länder Also wir machen in Österreich das was dieses Komitee uns bittet durchzuführen oder zu prüfen und das können ganz unterschiedliche Dinge sein aber das Wichtigste ist die Entwicklungen auf dem sozusagen Markt der Schriften zu beobachten zum Beispiel vor vielen Jahren kam irgendwann einmal der Klammeraffe für das Internet und damals gab es für die Preilschrift noch kein Zeichen dafür also mussten wir schauen was könnte sich eignen und wir haben dann eben ein Zeichen entwickelt dafür Also Sie sind doch für die Weiterentwicklung der Schrift zuständig Ja eigentlich kann man sagen hauptsächlich für die Weiterentwicklung die sich eben durch die Beobachtung der Entwicklungen ergibt Ja also es gibt immer wieder Zusätze es kommen immer wieder neue Zeichen auf den Markt zum Beispiel jetzt das Gendern der Doppelpunkt ist in letzter Zeit ein Zeichen das sehr stark steigt mitten im Wort einen Doppelpunkt zu schreiben ist für Preilleser ungewohnt wie lösen wir diese Dinge noch dazu gibt es ja in der Preilschrift drei verschiedene Schrift Systeme kann man sagen die sich in Grad der Kürze unterscheiden die Basisschrift da wird alles eins zu eins ausgeschrieben die sogenannte Vollschrift oder Grad eins da werden Lautgruppenkürzungen wie au eu ei sch ch und so weiter gekürzt und die Kurzschrift die sehr viele Kürzungen hat unter anderem auch den Doppelpunkt der bedeutet mitten im Wort das al Zeichen also wenn ich bald schreibe in Kurzschrift dann schreibe ich B Doppelpunkt D gut das wird sich beim Gendern noch nicht so wirklich auswirken aber es gibt Fälle wo es dann eine Verwechslung gibt und da muss man eine Lösung finden gibt es da schon eine Lösung für den Gender Bereich haben Sie da schon was gefunden ja natürlich musste ja sein das ist jetzt nur das Beispiel des Doppelpunkt auch das Sternchen ist ein Satzzeichen und das Sternchen bedeutet in der Kurzschrift das I N Zeichen aber zum Glück haben wir in der Kurzschrift ein sogenanntes Auflösungszeichen das bedeutet hier wird die Bedeutung des Zeichens in der Kurzschrift aufgehoben und sowohl vor dem Doppelpunkt wie auch vor dem Sternchen machen wir jetzt diesen sogenannten Auflösungspunkt oder Aufhebungspunkt und damit hat das Zeichen seine ursprüngliche Bedeutung wieder zurück bekommen kommen wir zum Kern der Frage was ist eigentlich Breilschrift wie würden Sie das Außenstehende beschreiben die noch nie davon gehört haben also am besten stellt man sich einen heutigen Spielwürfel vor und dreht den so dass der Sechser nach oben zeigt dann dreht man den Würfel auch so also um seine eigene Achse dass um die senkrechte Achse links drei Punkte sind und rechts drei Punkte man könnte also auch sagen es sind zwei Spalten zu je drei Punkten und je nachdem welche Punkte in diesem Raster von sechs möglichen Punkten gesetzt sind das ergibt dann den jeweiligen Buchstaben oder das jeweilige Zeichen oder den jeweiligen Teil eines Zeichens Ertastet wird das Zeichen mit den Fingern besonders mit der Finger Kuppe also mit dem unteren Teil des ersten Finger Gliedes das hat einen guten Grund denn der Finger ist dort am sensibelsten und der Mensch kann sich hat uns die Verhaltens Psychologie und Gestalt Psychologie gelehrt maximal sieben Eindrücke gleichzeitig empfangen das heißt da ist das Sechs-Punkt System gerade gut genug und beim Lesen fährt man von links nach rechts im Deutschen überhaupt in Europa aber natürlich im japanischen oder im hebräischen ganz anders der Finger fährt einfach von links nach rechts über die Buchstaben viele der Leser verwenden beide Hände sodass eine Hand vorfährt und während die andere Hand dann die linke Hand zum Beispiel dann den Beginn der neuen Zeile sucht liest die rechte Hand das Ende dieser Zeile fertig und so ergibt sich doch ein einigermaßen rasches Lesen Sie haben schon ein bisschen gesagt Louis Preil hat das Anfang des 19. Jahrhunderts eingeführt eingeführt und hat es sich weiterentwickelt oder Ja das hat sich weiterentwickelt je nach dem Bedarf der einzelnen Sprachen oder nach dem Bedarf innerhalb der Sprachen also zum Beispiel ein lustiges Beispiel die das W der Buchstabe W der steht außerhalb der Systematik also innerhalb dieser 63 Zeichen gibt es auch eine Systematik aber das W das fällt heraus warum denn zur Zeit des Louis Preil im 19. Jahrhundert hat es im Französischen das W einfach nicht gegeben Interessant also es gibt Sie haben schon gesagt es gibt länderspezifische Preilschrift haben die Franzosen eine andere Preilschrift wie wir oder haben die die gleiche es gibt eine große gemeinsame Schnittmenge wie der Mathematiker sich ausdrücken würde das heißt die Buchstaben die keine Probleme machen die sind gleich das gilt übrigens für das ganze lateinische Alphabet auch für das Arabische auch für das Kirillische also ein A das gibt es im lateinischen Alphabet im arabischen im Kirillischen das hat überall den Punkt links oben nur dort wo Abweichungen benötigt werden wie zum Beispiel im französischen ein A mit einem Accent Grave dann muss eben hier ein zusätzliches Zeichen gefunden werden Sie haben jetzt gesagt wie wichtig Preil ist wie wichtig ist Preil eigentlich für die Bildung und für die gesellschaftliche Inklusion Preil ist heute immer noch ganz 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 wichtig für die Bildung und Inklusion kann nur wirklich gut erfolgen wenn auch ein gewisser Grad an Bildung je nach den Fähigkeiten der einzelnen Person vorhanden ist also gerade im schulischen Bereich und ich weiß wovon ich rede da ich über 40 Jahre Lehrer war natürlich lässt sich vieles heute mit dem Computer oder mit dem Smartphone machen aber schon ein Lückentext der ausgefüllt werden muss das ist mit dem Smartphone mit Sprachausgabe nicht wirklich einfach und ein Gedicht das ich mir mit einer synthetischen Sprache vorlesen lasse das wirkt für mich nicht so als wenn ich mich am Abend in der kühlen Nachtluft ans Fenster stelle und mit dem Finger ein schönes Gedicht lese laut oder leise also es hat auch etwas sozusagen das haptische hat auch etwas körperliches an sich die Sprache die Sprachausgabe ist ja wichtig und gut aber einfach durch das darüber fahren mit dem Finger ist es ganz anders ich bin zum Beispiel absolut kein akustischer Mensch also bei mir hilft Sprachausgabe nicht sehr aber wenn ich für eine Prüfung lerne dann habe ich obwohl ich voll blind bin das optische Bild so wie ich mir diesen Merkstoff aufgeschrieben habe oder wie ich ihn bekommen habe habe ich vor mir das das kann nur mit der Preilschrift möglich sein und zwar mit der Preilschrift auf Papier das geht auch nicht mit Computer und Preilzeile da brauche ich das Papier wenn das so wichtig ist wie Sie sagen was auch sehr einleuchtend ist kann denn jeder Mensch mit einer Sehbehinderung oder einer Erblindung die Preilschrift lesen wie ist die Verbreitung da ja leider natürlich nicht so hoch wie ich mir oder wie viele sich das wünschen das ist auch klar wenn man bedenkt dass 60 Prozent aller blinden und sehbehinderten Menschen über 60 Jahre alt sind also das kann man sich leicht merken und da sozusagen die Motivation aufzubringen Preilschrift zu lernen das ist eben nicht ganz einfach und es ist auch für jemanden der langsam erblindet schwierig sich zu sagen so jetzt bin kann ich kann ich nicht mehr optisch lesen jetzt muss ich mir ein anderes System finden wo ich alles das was ich früher konnte die Geschwindigkeit beim Lesen verändern den Genuss einfach über ein Blatt Papier in der Hand zu halten wenn ich das alles wieder möchte dann bleibt eigentlich nur die Preilschrift nur das ist eben eine gewaltige Frage der Motivation würden sie sich eine bessere Verbreitung wünschen der Preilschrift eine bessere Bekanntheit ja auf jeden Fall eine bessere Bekanntheit vor allem schauen leider Menschen die älter sind sehr häufig das Erlernen der Preilschrift man muss schon sagen es ist nicht ganz einfach den Tastsinn weiter zu verfeinern aber die Preilschrift hilft enorm also zum Beispiel im Haushalt bei der Beschriftung von sagen wir jetzt Gewürzdosen oder bei der Markierung von Haushaltsgeräten also es gibt sehr sehr viele Ansätze und vor allem eines sie ermöglicht die Preilschrift ermöglicht den Zugang zu Bildung und das ist etwas ganz ganz Wichtiges das gerade blinden Menschen seit 200 Jahren enorm geholfen hat Wo wird Preilschrift im Alltag überall eingesetzt man kennt diese riesigen Bücher aber wo gibt es noch Ja die Bücher waren natürlich was ganz was wertvolles sind aber schön langsam im zurückgehen weil natürlich die Technik auch andere Möglichkeiten bietet da ist vor allem der Computer zu erwähnen und hier vor allem die Preil Zeile das ist eine Leiste wo von unten die Punkte hochkommen und eine Zeile des Bildschirms darstellen das ist nicht ganz einfach aber und technisch relativ aufwendig daher sind diese Geräte auch teuer aber es ermöglicht doch den Zugang zum Bildschirm übrigens in allen gängigen Betriebssystemen Windows und Mac und ja auch die Handy Betriebssysteme haben dann die Smartphones kann man auch Preilzeilen anschließen dieses System aber hat eine Erweiterung erfahren von sechs auf acht Punkt aber das ist nicht alles im Alltag es ist ganz wichtig dass Beschriftungen im öffentlichen Raum vorhanden sind zum Beispiel bei Liften also wo angegeben ist wie man drücken muss damit man in welches Stockwerk kommt oder auf Bahnhöfen wo die Gleise beschriftet werden am Handlauf entlang sind manchmal so Tafeln angebracht in Preilschrift oder bei Medikamenten Verpackungen wo die Namen der Medikamente und die Menge angegeben sind das ist ganz wichtig natürlich für die Gesundheit und so gibt es verschiedenste Dinge auch ein bisschen ausgefallene zum Beispiel T-Shirts mit Preil Beschriftung Wein Etiketten mit Preil Beschriftung und so weiter also die Preilschrift wird manchmal auch als Zierelement eingesetzt Perlen die nach dem Besticken ein Preilschrift Muster ergeben also sie die Preilschrift ist nicht im Verschwinden manche glauben jetzt haben wir die Computersprachausgabe da kann ich eh alles hören naja bei der Unterscheidung von Groß und Klein Buchstaben wird schon wieder ein bisschen schwieriger aber die Preilschrift ist anders sie wird heute anders genützt als vor 200 Jahren Sie haben selber schon die technische Entwicklung angesprochen welchen Einfluss haben jetzt zum Beispiel Sprachausgaben und andere technische Entwicklungen auf die Verbreitung der Preilschrift Die Sprachausgabe ist wichtig und ich verwende sie auch täglich und sehr viel nämlich dann wenn man schnell etwas lesen möchte also schnell Zugang zu Inhalten haben möchte also zum Beispiel bei E-Mails lasse ich mir lieber mit der Sprachausgabe den Betreff vorlesen und entscheide dann sofort lese ich da jetzt dann weiter oder lösche ich also das ist schon eine wichtige Entwicklung aber ich habe Germanistik studiert und da musste ich mich natürlich auch mit Mittelhochdeutsch und Althochdeutsch und vergleichenden anderen Sprachen beschäftigen da würde sich eine Sprachausgabe sehr schwer tun also für Mittelhochdeutsch ist mir noch keine untergekommen also es gibt immer noch Bereiche wo die Preilschrift sehr sehr wichtig ist ich habe an der Schule Textverarbeitung unterrichtet und wenn ich Texte sehr genau korrigieren muss dann ist es natürlich auch gut wenn man den Text sozusagen schriftlich unter den Fingern hat warum ist Preilschrift für blinde Menschen so wichtig warum ist wichtig dass das nicht in Vergessenheit gerät Preilschrift beinhaltet erstens einmal eine große Tradition der Bildung also seit Mitte des 19 Jahrhunderts sind einfach Bücher in Preilschrift produziert worden und die gibt es teilweise heute noch also ich habe vor kurzem zum Beispiel hineingelesen ich bin an dem Thema nicht so interessiert aber an unserer Druckerei am Blindeninstitut in Wien haben wir ein Buch geschrieben von ihrer Kammerzofe das heißt die letzten Jahre der Kaiserin Sissi ich weiß gar nicht ob es das noch in sogenannter Normalschrift oder Schwarzschrift gibt aber in Preilschrift gibt es dieses Buch noch und es ist doch interessant so etwas auch zu lesen oder da hinein zu schmökern das ist eines und das zweite ist die vielen Schriften die es in der Preilschrift gibt man könnte sagen das ist ein Nachteil aber es geht eben mit den 63 Punkt Kombinationen nicht anders also es gibt so viele Dinge die in der Preilschrift konserviert sind zum Beispiel gibt es eine eigene Schachschrift ich kann also heute Schachpartien von Blinden hauptsächlich natürlich die anderen kriegt man eh in Schachdatenbanken aber ich kann heute Schachpartien blinder ehemaliger Schachspieler nachspielen weil sie eben in Preilschrift aufgezeichnet wurden bei Turnieren oder für das Handarbeiten wurde eine eigene Strick Schrift entwickelt die wollen wir übrigens jetzt wieder bei diesem Preilschrift Komitee der deutschsprachigen Länder neu herausgeben und so kann man sich auch dann vorstellen oder kann man Leute ermutigen wieder diese alten Techniken zu verwenden oder auch natürlich sich aus den heutigen Zeitschriften oder so in Preilschrift sehr rasch Dinge aufschreiben zu können und das dritte entschuldigen meine lange Antwort aber das dritte ganz wichtig sich auch unterwegs Notizen machen zu können also natürlich gibt es immer den MP3 Player mit Aufnahmefunktion was ist aber wenn die Batterien ausfallen oder der Akku leer wird es gibt eine sogenannte Preilschrift Tafel mit einem sogenannten Griffel den kann man ganz leicht in den Hosensack stecken und ein Blatt Papier und hat sein Notizgerät immer dabei vor allem wenn man für einen kleinen Vortrag oder für irgendetwas einen Teil der Notizen ablesen muss das geht mit einem MP3 Player nicht ganz so einfach als wenn man mit dem Finger das dann vom Papier abliest Das wäre meine Folgefrage gewesen wie kann ich selber Preilschrift schreiben also diese Notizen machen was wir sehen denn mit der Schwarzschrift sehr schnell können wie machen Sie das Ja ich habe verschiedene Techniken Notizen zu machen sehr häufig ist es auch einfach das Smartphone heute wo man sich etwas aufspricht dann gibt es die sogenannte Preil Tafel die ich vorher schon erwähnt habe den MP3 Spieler oder Audiospieler auch da gibt es für Blinde ein sehr weit verbreitetes Format das Daisy Format wo man auch Sprungmarken und so weiter einbauen kann damit man sich schnell zwischen seinen Notizen bewegen kann und dann gibt es noch die Preilschreibmaschine oder und das ist die letzte Form die mir jetzt gerade einfällt ich mache mir mit einem elektronischen Preil Gerät Notizen das gibt es dass Preiltastaturen mit Preil Zeilen verbunden sind das sind sehr kleine leichte Geräte heute und das ist eigentlich mein Haupt Gerät wo ich bei längeren Vorträgen und so weiter immer mitschreibe das kann man dann noch einmal lesen oder am Computer abspeichern oder dann auf Papier ausdrucken also das ist einer der flexibelsten Dinge hätten Sie zum Abschluss noch eine Botschaft was Sie sich wünschen würden oder ja die Botschaft ist ganz einfach es gibt eine Zukunft der Preilschrift und die Zukunft liegt bildlich gesprochen in unseren Fingern Sie sind ja der Experte kennen sich bestimmt gut aus mit technischen Hilfsmitteln auch was gibt es denn jetzt so Neuheiten auf dem Markt die sehr hilfreich sind für die für die Preilschrift der Lernung oder für die Gruppierung da fällt mir als erstes ein die Serie der Smartphones auch dort gibt es Preilschrift Kurse und die sind für Späterblindete die noch ein bisschen etwas sehen auch ganz hilfreich um einfach die Preilbuchstaben zu üben Apple ist hier sehr vorbildlich die machen in Amerika auch solche Preil Competitions und zusätzlich gibt es seit relativ kurzer Zeit auch eine Apple Smartwatch die eine Preil Ausgabe hat ich habe sie schon gesehen bei meinen Schülerinnen aber ich habe sie noch nicht wirklich intensiv ausprobiert Danke Herr Schmidt für Ihr wunderbares und ausführliches Interview Vielen Dank für den Beitrag Gerne Das war unsere Sendung zum Thema Preilschrift eine Schrift die seit mehr als 200 Jahren existiert und immer noch wichtig ist Heute hat sie sich den Anforderungen und den Entwicklungen unserer Sprache angepasst aber sie entwickelt sich auch ständig weiter Satzzeichen und Begriffe müssen eingearbeitet werden Wenn Sie mehr über das Thema Preilschrift erfahren wollen finden Sie wie üblich mehr Informationen auf unserer Internetseite www.barrierefrei-aufgeholt.at Es verabschiedet sich Ihr Detektionsteam Katharina Mühlebner Markus Lahrstädter und Martin Lahrstädter Barrierefrei aufgeholt Kurz kompakt und leicht verständlich aufgeholt www.barrierefrei-aufgeholt.at